Dann herzlich willkommen zur letzten Runde dieser Weltreise durch Kurdistan. Wir haben heute Nachmittag das letzte Panel. Anglophone-Teil sitzt links von mir. Ich stelle sie mal kurz vor. Janet Beale kommt aus Vermont, ist Biografin von Meryl Bookchin. Professor John Holloway, muss ich glaube ich den meisten nicht vorstellen, lehrt in Mexiko und wird uns die mexikanischen Lehren vermitteln. Dann haben wir, da muss ich ein bisschen, Schirsat Kamangar, kommt aus Ost-Kurdistan, anders gesagt im Iran, wo er schon lange, seit 15 Jahren in der Menschenrechtsarbeit aktiv ist. Und aus Nord-Kurdistan, Selma Irmak, Parlamentarierin, war bei dem letzten Wahlkampf, wurde sie inhaftiert und wurde dann in Haft gewählt. Und ist jetzt Gott sei Dank wieder frei und bei uns. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Wir machen die Reihenfolge, damit wir die Übersätze auch nicht durcheinander bringen, genau wie es hier im Programm steht. Schirsat darf anfangen. Dankeschön. Danke. 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 Danke.